Entschuldigung. 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 Was passiert, Doktor? Die Polizei geht von Suizid aus. Selbstmord. Ich kann gern... Nein, das ist nicht wahr. Schauen Sie nach den Arbeitsplänen. Heute Nacht brauchen wir Ersatz. Hör mal zu, die haben mich in die Nachtschicht verletzt. Der macht mir den an mein Bettchen. Bitte schrei nicht. Ich mach doch, was ich kann. Was hatten Sie hier zu suchen? Das ist ein abgesperrter Bereich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Tagebuch füllen würde, aber irgendjemandem muss ich mich ja anvertrauen. Ich hab das Gefühl, es verfolgt mich. Es ist überall. Da war irgendwas. Irgendwas, das ich meine Hilfe wollte. Du kannst niemanden retten, wenn du dich bei dir selber anfängst. Du weißt. Ich kann riechen, wenn eine Sache faul ist. Ich möchte jetzt endlich wissen, was zur Hölle hier vor sich geht. Die Pfante ist geöffnet. Das Geheimnis wird bewahrt. Was ist denn das hier für ein seltsamer Laden? Was ist denn das hier für ein seltsamer Laden? Das warod. Mein Name ist sch Experimental von�� Wettbewer zeit. Das geht mir. Vielen Dank.